Hallo und willkommen zurück zu Stranded Deep. Ja, der Mond ist voll und ich bin's leider auch. Nein, ähm... Ich glaube, Richtung Westen ist falsch. Weil wir sind ja die ganze Zeit gerade Richtung Süden. Und... Oh, Nordwesten hat gerade so schön geschehen. Da kommen wir her. Ich weiß es nicht. Ich weiß es ehrlich nicht. Ich meine, die Sache ist, ich könnte das eigentlich nachschauen. Weil die Maps sind ja alle gleich aufgebaut. Also ich habe ja nicht diese Randomize, sondern die vollkommen normale Map, die halt jeder bekommt, wenn er sie möchte. Deswegen rein theoretisch könnte ich nachschauen, wo ich hinfahren muss. Das sieht da auch noch interessant aus. Das sieht auch aus wie so eine Anfangsinsel und das sieht auch... Moment. Ist das ein Riesenschiff, das davor ist? Wir müssen uns die mal vormerken. Aber ich würde sagen, das schwimmen wir als nächstes hin. Ich weiß halt auch nicht genau, wie die Inseln aufge... ähm... Ich kämpfe noch mit mir. Ob ich mich spoilern lasse, aber ob ich dann eine Map gucke... Oder, ähm, ob ich mich überraschen lasse und versuche, alles selbst zu erforschen. Ich meine, man hat Laia hingegen nicht die Möglichkeit, eine Map zu zeichnen, aber wir könnten es hier machen und eine Map zeichnen. Weil das sieht wieder aus wie so eine 0815, auf der wir schon waren. Große Bäume, kleine Bäume, dicke Bäume, dünne Bäume. Ähm... Aber kein Container davor, ne? So. Ah, es sieht wieder so aus hier mit den... äh, ähm... Zwei Schiffen nebeneinander, die gesunken sind. Es ist halt... hatte ich, glaube ich, schon öfter erwähnt. Es ist halt sehr, sehr seltsam, dass hier so viele Schiffe und Flugzeuge abstürzen. Na, obwohl Flugzeuge... Bis jetzt ja nur unseres, was ich jetzt so gesehen habe. Das ist ja alles Schiffe. Da fragst du dich schon. Wie ist das passiert? Was passiert als nächstes? Wer wird... Okay. So ein bisschen langsamer. Ah, ich sehe, da ist jetzt schon Kleidung liegen. Das heißt, hier waren wir höchstwahrscheinlich noch nicht. Weil sonst würde da vorne nicht gleich Kleidung liegen. Oder ich habe sie einmal nicht mitgenommen. Das ist auch sehr gut möglich. Ähm... Ich gucke mal schnell aufs Bötchen. Ähm... Wo habe ich die... coole Lampe hin? Es ist mir leid, wenn ich euch angeschnauft habe mit meinem Lachen. Ach da. Äh, das kann da rein, das... Hä? Ah, das sind schon vier Stück drinnen. Wahnsinn. Wir haben Sachen, Leute. Wir haben Sachen. Wir sind Richby... Äh, nein. Okay. Hat sich die Musik gerade verändert? Wo ich mir vorgenommen habe, da reinzuspringen. Wir haben kein Wasser mehr. Ah, das war schon immer unser Problem. Okay, wir schwimmen an... Ähm... Da hin. Ja, und es hat sich verändert. Ja, und da ist er schon. Hat er es gesehen? Ja. Äh... Wir gehen... Auf die Insel. Ja. Weil... Der braucht unbedingt Wasser. Und ich bin auch... Äh, sie. Sie ist ja eine sie. Und ich bin auch im Belegen, ob wir vielleicht unseren Trinkbeutel voll machen. Das heißt, dass... Wir haben ja jetzt eigentlich genug Kleidung. Ähm... Dass wir uns einmal so einen, äh, 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 Wasserdings bauen. Ja. Also wir dürfen nicht vergessen, wir wollen nach da dann weg. Äh, so. Oh, da ist ja auch gleich schon Schweinchen, aber brauchen wir ja nicht. Weil wir haben ja eigentlich genug Fleisch. So. Komm mit. So. Es sieht aber... Ja, es sieht halt wie jede andere Insel auch aus. Ah. Ähm... Ich glaube, ich nehme Pfeil und Bogen. Also die Pfeile, wie gesagt, Wahnsinn. Äh, hätte nicht gedacht, dass die so weit stapelbar sind. Aber das ist schön. Und daran sieht man ja auch, äh... So, unser Bett. Und das Fleisch. Weil wir machen gleich ein Lagerfeuer schön. Machen wir uns schön gemütlich. Nöch. Ähm... Das Bettchen. Duck. Wir brauchen aber auf jeden Fall was zu trinken. Eine Kette, aber... Lauf, Schweinchen, lauf! Bewegt sich da was? Ne. Äh... Wisst ihr, was mich verunsichert? Da lag zwar ein Stück... Äh, da ist eine Schlange. Da lag zwar ein Stück Kleidung. Aber ansonsten liegt hier nichts. Das finde ich gerade sehr, sehr komisch. So, und... Wo willst du denn hin? Oh? Ja, ja. Erst die große Fresse. Ich bin nicht langer. Und dann wollte es weg. Okay. Ah, da ist die andere. Auch du. Da. Okay. Ich krieg dich. Ah, da hat es sich eingerollt. Ach, fuck. Also, okay. Ähm... Auf der einen war es ja jetzt nur eine. Also könnte es auch sein, dass es ungut reißen. Es könnte auch sein, wenn ich lange auf einer Insel nicht war, dass die dann respawn. Das heißt, wenn ich hier keine Kisten in den Wracks finde, dann weiß ich ja schon Bescheid. Ah, Mensch. Okay. So. Ach, seht mal an. Seht mal eine an. Empty Coconut Drink. Das heißt, wir waren hier. Ähm... Ja. Ich glaub, da brauch ich nicht mehr zu sagen. Außer, wir waren hier. Ja, das ändert aber nichts daran, dass... Wir was trinken müssen. Aber das ändert was daran, dass wir nicht lange hierbleiben. Wobei, ich weiß gar nicht, ob wir hier alles auch ausgenommen haben. Auch die Fässer und so. Ob wir uns hier auch wirklich richtig gründlich umgeguckt haben. Die Frage stellt sich ja auch. Mhm. Okay. Ah, ich denke mal. Ich denke mal. Ja, zwecks Essen. Ähm. Die eine Kokosnuss haut schon mal ab. Ja, tschüss. Ich wünsche dir ein erfolgreiches Leben. Ah, Gott. So. Äh, ja, ich weiß. Nice. Heul nicht rum. Kriegst du auch gleich was zu trinken. So. Wieso ist die schon wieder verbrannt? Wie ist das passiert? Ah. Gut. Ähm. Wir packen mal ein paar Sachen weg. Die Keil links. So, die Pibi. Ah, da. Da ist Aloe Vera. Aber wann habe ich mich schon wieder verbrannt? Das ist halt einfach so... So... Was? Wann ist das passiert? Oh, just what I needed. Mhm. Ja, just what I needed. Okay. Ähm. Dann schlafen wir. Speichern nochmal. Verbrenne ich auf dem Floß? Ich habe jetzt aber keine Lust, ständig nur nachts irgendwie weiterzufahren. Hm. Moment. So. Schlafsack rein. Und, äh... Das würde ich auch gerne nicht weit haben. Ja, gut. Das wird ein bisschen schwer zu bewerkstelligen. Okay. Hm. Ja, das Fleisch, ne? Das wird schlecht. Das wird schlecht. Ach, ehrlich, Hai. Der stalkt mich. Ich würde ihn gerne anzeigen. Äh, die Sonneneinstrahlung ist halt sehr, sehr hoch. Tier ist heiß. Nee, geht nicht weg. Okay, und das Wasser geht auch nicht richtig hoch. Äh, das ist... Mann. Mann, 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 Mann. Wieso geht das nicht weg? Ich bin doch eingecremt. Ich bin doch eingecremt. So. Oh, ich höre es schon wieder. Ich will nicht. Oh, da ist er. Das ist ein Reifen. Das heißt, ein Scheißdreck war ich hier. Und ich war halt nicht gründlich hier. Kann halt auch sein, dass ich die, äh, Reifen da gelassen... Nee. Hier sind ja noch die Dinge. Hier ist alles noch. Aha. Mhm, mhm, mhm. Jetzt hätte ich fast das alles hier gelassen. Oh, da können wir zwei Stück bauen. Sehr geil. Weil wir haben ja noch einen Reifen, äh, auf dem Fluss drauf. Ähm, dann können wir ja zwei Sachen draus bauen. Äh, ich wollte... Ich wollte nämlich auch mal versuchen, ob ich hier das Wasser... Ja, gut. Ich glaube eher weniger. Wisst ihr, was ich meine, oder? Dass ich das, äh, äh, Wasser, äh, Filter-Dings-Bums... Dass ich das, ähm, auf mein Flößchen baue. Oh, da ist nochmal eine Kiste. So, wir können nochmal Glück haben. Ich würde mich freuen. Äh, äh, wenn in so einer Kiste... Äh, äh, einfach mal so ein Ding wäre, äh, äh, zum, zum Trinken. Irgendwie so ein Volltrinken. Äh, äh, hab ich hier vielleicht nicht richtig abgesucht. So, Moment. Ich schmeiß mal die Kisten raus und guck da mal rein. Okay. Auf jeden Fall haben wir sehr viele von den, äh, Taschenlampen jetzt. Was piepst du? Ja, du hast, du hast, ich weiß. Ach, scheiße, ich sterbe. Nur weil er Durst hat. Ähm. Weil darauf läuft es meistens hinaus, wenn es piept. Das heißt, mir geht's nicht gut. So. Ja. Ne? Wieso machst du so komische Musik? Lass das mal. Hm. Haha. Okay. Stopp. Halt. Stopp. Stopp. Äh. So. Ich habe wahrscheinlich bald vergammeltes, äh, großes, schönes Fleisch. Was sehr, sehr schade ist. Wobei es mir um diesen aggressiven Hai, der mich, äh, hinterrücks attackieren wollte, echt nicht leid tut. Muss ich euch ganz ehrlich sagen. Weil, wer sowas macht, der frisst auch kleine Kinder. Ich glaube, tatsächlich, die fressen kleine Kinder. Ähm. Von daher tut es mir nicht wirklich leid. So. Äh, wie viele Seile brauche ich denn? Äh, Kleidung habe ich da vorne. Stücke haben wir hier auch mehr als genug. Ähm. Oh Gott. Ach, scheiße. Äh, äh. Ach, komm. Aber ich glaube, Stücke brauche ich dafür. Und Blätter. Ich glaube, Blätter habe ich auch gebraucht. Naja, gut, die brauche ich auch zum, äh, dann zum Wasserfiltrieren. Ähm. Das ist halt die, auch die richtige Zeit, ne? Ja. Oh, ich darf nicht vergessen, dass ich da hinten meinen Bogen rausgeschmissen habe. Falls nicht, erinnert mich dran. Falls ich es vergesse. Oh, es regnet. Eigentlich müsste es mir jetzt richtig gut gehen. Weil, es regnet. Ähm. Wasser, 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 Dings, Dings, Bums. Äh, wie, 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 wie hieß das denn? Wasser Dings, Bums. Dat, äh. Ha, Seile brauchen wir. Und wir brauchen eins davon. Stücke brauchen wir gar nicht. Wieso habe ich Stücke gesammelt? Ja. Genau. Es gibt keine Gründe dafür, dass ich Stücke gesammelt habe. Ähm. Das heißt ja nicht, dass Stücke jetzt schlecht sind. Äh, so. Die Pfeile kann ich hier oben... Ich könnte mal ein Lagerfeuer... Seht ihr? Dafür habe ich Stücke gesammelt. Ähm. Tatsächlich kann ich auf dem Floß leider kein Lagerfeuer machen. Ähm. Schön, dass ich es versucht habe. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich denn das Feuer anbekomme. Weil eigentlich... Äh. Es regnet. Und ich habe keine Überdachung. Also eigentlich dürfte das Feuer gar nicht brennen. Ja, komm schon. Es brennt aber. Sehr schön. Äh. Oh, es ist vergammelt. Es ist vergammelt. Es ist weg. Es ist weg. Scheiße. Scheiße. Ich habe es befürchtet. Ich habe es befürchtet. Was ist denn, wenn ich es trotzdem braten würde? Ich habe ja Hunger und Wurst. Oh, Mann Das ist jetzt richtig ärgerlich mit dem Fleisch Aber ich hab mir das schon gedacht Ehrlich, ich hab mir das schon gedacht, weil Ähm, so lange hält sich das nicht Okay Ähm Was piepst du denn immer? Die SPF gehen halt auch nicht runter, ne? Obwohl ich richtig schön eingecremt bin Aber bin ich gar nicht mehr Okay Oh Gott, nur Probleme Das da hinten sieht interessant aus Aber ich wollte doch erstmal so dahin Auf die Insel Wobei ich ehrlich gesagt hab Ehrlich gesagt hab Ehrlich gesagt, äh, keine Ahnung hab Ob das klug ist oder nicht Okay, ich bring jetzt mal die Kisten aufs Flößchen Wir haben ordentlich Kisten Wir haben ordentlich Holz auf dem Float Äh, äh, Boot Floß Floß Nennt sich das Ähm, da vorne Oh, eine Kiste Noch eine Kiste Ja Wie gesagt Sortieren tue ich dann, äh, so zwischendurch Ähm, aber Ehrten Sache Äh, die Kleidung Brauche ich ja eins Eins brauche ich Eins kann ich hier lassen Ach, ich weiß gar nicht Habe ich so Lederdinger dabei? Ne, hab ich nicht Ne Oh man Das ist halt Ach, schrecklich Schrecklich Seil brauche ich ja auch So, das zum Feuer anzünden Also das Keiling Habe ich nicht gebraucht So Ich hatte das doch Wieso piepst du? Ach, schon wieder das Wasser Gut Ähm Vier Steine habe ich gebraucht Ich Habe jetzt keine Lust Steine suchen zu gehen Wir hatten hier welche Ich habe sie eben gesehen Da wo auch Wally war Ich weiß nicht, ob Wally noch irgendwie eine Rolle spielen wird Dann haben wir ja hier noch Blätter gehabt Habe ich die weggeschmissen Na gut Nur das Ding Und machen das kaputt Weil, äh Das kann ich ja dann gleich Zweifach benutzen Ähm Also Seil haben wir gebraucht Ach, und einmal so einen Ähm Genau Und einmal so So eine Äh Leere Die hatte ich Da So Wir haben doch alles Alles haben wir Da Bietet mir sogar schon An Sagt hier Kannst du wasser ja stauen Gerne doch Gerne doch So Dann können wir nämlich auch Unser kleines Ding befüllen Aber zuerst wird man natürlich sehr sehr viel trinken Ähm Sobald es mal irgendwann durch ist Ich wollte jetzt mal die Schlange suchen gehen Äh Die hat nämlich auch nochmal ein kleines Hä Ich war schon mal hier Miep Ja Es läuft So Und die andere Schlange Die war ja irgendwo Hier so Oder Ach da Da so Okay Ich find's jedenfalls cool Dass das Feuer brennt Obwohl es Es stürmt Und regnet Drei Wettertaft Das Feuer hält Okay Alter Das ist schon mittlerweile Eine Kanone Oder? Äh Ich find's schick Wie lange dauert das denn? Ich bin vielleicht am verdursten So Nur vielleicht Na komm Kann auch sein Dass ich auf dieser Insel schon mal war Aber nicht alles eingesammelt habe Weil ich doof bin Nein äh Also weil ich Äh Irgendwie schnell wieder weg musste Oder so Und deswegen hab ich halt Nicht alles gesehen Ähm Auf welchem Auf dem da war ich oder? Also auf dem hier Auf dem war ich glaube ich Ja Und meinen Bogen Habe ich hier auch irgendwo rausgeschmissen Oh Gott Das ist Bist du mein Bogen? Ja du bist mein Bogen Sehr schön Also ist das hier das Bötchen Zu dem ich mit meinem Flößchen muss Hör auf zu piepen Ich stell schon Wasser her Ist alles gut Also das Das macht Das Spiel halt echt schwer Wenn man so nicht drauf achtet Ähm Und einfach Übelst gerne erforschen geht So wie jemand den ich kenne Ähm Dann passiert es halt schnell Dass man stirbt Weil man einfach nicht so drauf achtet So Äh Ich würde sagen Ich schiebe das Boot dahin Okay Not drops Anker hier Why not Wer kennt I do this Ich habe ein bisschen Angst Weil ich da nichts sehe Mal wieder Was ganz Neues Okay Es sieht halt wirklich Original Jedes Mal so aus Als wäre es vorbei Es sieht halt einfach so komisch aus Mann Ich hatte so ein schönes Floß Und dann sind Dinge passiert Das hat sich eben angehört Wie als wäre ein Hai Wie als wäre ein Hai hier Es wird schon wieder Nacht Also die Tage vergehen auch übelst schnell Finde ich Das ist so Du hast gerade angefangen Irgendwas zu machen Dann kommt schon ein Hai Nein Ähm Dann wird schon wieder Nacht Okay Hör auf zu piepen Ich weiß Dass du Durst hast Und da ist ein Hai Ne Ja Scheiße Scheiße Äh Ich würde halt eigentlich schon Gerne So Ähm Dann doch rüber auf die Insel Ähm Ist jetzt halt blöd mit dem Hai Und wenn ich das hier aufschlage Dann äh Hahaha Äh Lande ich Glaube ich Im Wasser Moment Ich versuch mal was Keine gute Idee Keine gute Idee Ähm Okay Der schwimmt weg Und ich gehe ins Wasser Und schwimme um mein Leben Und schwimme um mein Leben Und schwimme um mein Leben Schwimm schneller Schwimm schneller So Ach sehr schön Ja Mir kann halt keiner was ne Weil ich bin hier der Babo The Bell Und Boss Beste Scheiße Ähm Ja ist ja gut Ach das ist so schlimm Ne Es ist so schlimm Okay Der Heu weil Hunger hat Weil Durst hat Ist was Die Schlangen habe ich Wie ist denn das Wenn ich schlafe Und die Schlangen kommen Ist es dann schlimm Es hat auf jeden Fall Sehr 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 hohe Bäume Ähm Ja so ein Schlafplatz Nehmen Verdorbenen Ähm Fleisch Ist halt auch immer Richtig richtig gut Ich glaube Ne Wir gehen jetzt schnell schlafen Wir gehen jetzt mal schlafen Und holen morgen früh Noch schnell die Reifen Bauen noch schnell an Und dann Äh Ich frage mich jetzt Nur noch wie lang Das Ding sein darf Was auch irgendwo Falsch klingt Ja Sind wir so früh schlafen Es ist erst 5 Uhr Das heißt es ist immer noch dunkel Und über Nacht Ist natürlich nichts passiert Na Oder muss ich auch aufpassen Weil bald ist die Axt weg Aber wie halt einfach Über Nacht Nichts passiert ist Das ist schon krass Das ist schon krass Okay Ich nehme die jetzt mal mit Weil man weiß nie Wofür man so ein Ding braucht Ähm Wofür ich das Ding brauche Das weiß ich Für mehr Wasser Mehr Wasser Ist das Feuer Komplett abgebrannt Ja Okay Da hinten ist unser Flößchen Aber das ist immer noch dunkel ist Es ist scheiße Bin ich ehrlich zu euch Das nervt mich jetzt tierisch Dass es immer noch dunkel ist Ich bin mal gespannt Ob hier auch immer noch Was war das Auf da Aha Der Hai ist immer noch hier Okay Ähm Ja war ja auch alles was ich wissen wollte Ob der Hai noch hier ist Das ist schlecht Das ist richtig schlecht Ich hab hier einen Haufen leerer Äh Dinger Was hast du jetzt schon wieder Heilst du dich Nee Du piepst einfach wahllos Wieso Wieso piept er jetzt Ich hab ihm doch nichts getan So ich hab irgendwie so voll Immer noch voll keine Ahnung Von dem Spiel oder Schreibt es mir mal bitte in die Kommentare Ähm Und ich will einfach dahin und bauen Dafür muss ich mich halt hier auf den Stein stellen Hoffen dass das viel mich nicht frisst Und Das Riesenfloß irgendwie so Von dem Stein runterschmeißen Okay Sehr schön Sehr schön Sehr schön Hab ich schon gesagt dass es sehr schön ist Okay So Und ich würde gerne Ein bisschen nach vorne Aber Peak up Schaffst du es? Nee Nee Ist auch eigentlich nicht schlimm Ist auch nicht schlimm Hauptsache wir sind jetzt Hier So in der Nähe Äh Wieso gehst du jetzt zurück? Habe ich dir das erlaubt? Ich glaube nicht Okay So Vielleicht komm ich hier nie wieder weg Aber Ja Ne Ist halt so Okay Da hinten sind die Räder Ähm Und hier ist irgendwo Ich glaube ich muss den Hai töten Bevor ich Was? Warum piepst du denn? Ist das ein gutes Piepen Oder ein schlechtes Piepen? Gibt es hier überhaupt ein gutes Piepen? Ich weiß dass ich keine Aloe Vera mehr habe Ach es tut mir leid Wir müssen die Folge schon wieder Okay Wir werden auf jeden Fall noch was trinken Dann hatten wir hier die Blätter Die wir mal hinlegen müssen Dann werden wir gleich noch mehr Wasser bekommen Das ist schrecklich Wirklich schrecklich Ähm So Das Bett nehmen wir natürlich wieder mit Ich frage mich Ob der Hai halt immer noch da ist Traust du dich in mein Revier? Hai Ich zeig dir Ja Die Folge wird jetzt ein bisschen länger Aber ich möchte jetzt die Reifen holen Und äh Falls es irgendwelche Lustigen Ereignisse Mit dem bösen Hai gibt Dann möchte ich natürlich nicht Dass ihr diese verpasst Nicht? Na ich glaube Ich hab ihn eigentlich gut unter Kontrolle Das kleine Biest So Ich hab kein Seil dabei Dein Ach wo Wo ist mein Kopf geblieben? Ehrlich Ähm So Ich zieh das jetzt hier hin Easy peasy Würde ich sagen So Und jetzt Ich denke mal Hier kann ich sowieso Nichts mehr hinbauen Was echt Schade ist Wenn man das Wort Jetzt so verwenden können Ja Schade halt Wo hab ich Die Seile hin? Das ist so schlimm Ich hab so null Durchblick Da Es sind sogar perfekt Zwei Seile Okay Ja notfalls Baue ich die jetzt Einfach vorne dran Das ist mir eigentlich Mittlerweile auch Hänger Ähm Hä? Wieso? Ich hab hier Zwei 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 Dingsbums So Dass du kommst Auf jeden Fall mal hier hin Und ansonsten Hab ich hier Zwei Stück Ihr könnt mich nicht Trollen Ja Ja Danke So Und einmal Werde ich versuchen Hallo Ähm So Komm mal her Ich hab hier Einen Freund Für dich So Und euch Baue ich auch Aber ich glaube Das geht nicht mehr Das geht tatsächlich nicht Es ist halt einfach Irgendwo so richtig Äh ne Lächerlich Aber hier kann ich bauen Ja Geht Ja Gut Ja ich finde auch Das geht voll in Ordnung Die Frage ist halt Ob es dann im Endeffekt Noch funktioniert Aber die Frage Ist eine Frage Die muss ich mir dann Zu einem späteren Zeitpunkt Stellen würde ich sagen Vielen Dank fürs Zuschauen Und dann bis zur nächsten Folge Bye bye Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal.